Ja, stimmt. Ich hab mal kalt im Silber lagern. Alter, heute Nachmittag war echt ätzend, weil wir hatten den ganzen Tag schönen Sonnenschein, aber das Auto war so scheiße warm und es war nun Golf 3. Dementsprechend wisst ihr ja, was an Klimaanlage drin ist. Lässt sich links und rechts mit einer Kurbel runterdrehen. Denkt an die Boxenstrategie. Ja, 30 Sekunden brauch ich. Warte, das schade ich mir gleich. Das geht jetzt wirklich sehr gut. Wisst ihr, was noch geschützter ist? Dass man Hunger kriegt. Und wieder. Nicht verankt. Wir erreichen uns gleich die Joyengrenze. Gehalt euch mal. Ja, wenn ich Joyen kann, hat Pech gehabt. Was hat er ja gerade eben gesagt. Wir könnten. User joined your channel. Wir haben die Herren. Na, wir sind schnabeln. Nein. Auto fahren? Ja. Wenn. User left your channel. Ja, wir müssen jetzt mal in der Trette kommen. Es ist ein bisschen spät. Ja. So, alle da jetzt? Ja. Ja. Ich würde sagen, starte mal. Online Nummer AFK. Ja. Ich würde mal mal die, die bereit sind. Die sollen einfach mal eine Online-Lobby. Daumen hoch geben. Auf geht jetzt. Da. Wer liegt da ist. Ja. Mach mal einen Daumen hoch. Ja. Ja. Ich würde mal die, die bereit sind, die sollen einfach mal eine Online-Lobby. Daumen hoch geben. Auf geht jetzt. Einmal Platz 20 und kein Fahrernahme drinsteckt. Ja. Geisterfahrer. Es sind zwei Autos auf der Straße, die Rasenstänger sind. Ja. Los. Fahrt mal, macht mal nicht leise. Mal nach links und rechts kommen, bitte. So, Shane bitte vor, das ist okay, mal bitte geben. So, sind wir hier oben? Dench ist auf dem Weg. Gut, fahrt einfach durch die erste Kurve und bleibt auf der Geraden einfach stehen. So, also Dench, Timo K., dann Bayer, Christoph, Steven, Mark, Ich weiß nicht, ich soll stehen bleiben. Lass uns beide mal stehen bleiben. Ich bin links, ne? Bis rechts. Äh, dann kommt die Gala. Lass mich direkt so ausstellen, dass ich das auch checken, ne? Jörg, Johnson, Quattro, ich hab jetzt gehört. Eine dritte MTS, von euch. Und sag mal bitte, dass sie sich schon... Ne, ist keiner. Jerry, bremst rechtzeitig, wir stehen in Mexikanen. Timo S, BMW, Loop, Fahr vorbei. Rainer, Lars, Daniel F, Stranger, und dann müsst ihr gucken. Paceless ist letzter. Gut, dann... Paceless ist letzter. Paceless ist letzter. Wenn Paceless da ist, habt ihr Bescheid sagen. Bei mir steht noch Timo S jetzt auf dem vierten Groni, das heißt, ich will jetzt. Okay, das ist ein Fehler. Ich fahr hier. Okay. Ich hab irgendwie ein Lückerraum, der da standen kann. Ja, lass ihn da stehen. Total Schaden. Ja, ich hab auch einen Schaden. Schaden. Die Händlerin mal wieder rankommen. Rechts weit weg. Ehm, Gerade, Wer ist? Gerade ist uns, gerade links, rechts. Wer ist es links? Gerade ist links. Gerade links. Gerade rechts. Bitte dann auch wirklich darauf achten, dass ihr ein Doppelfeld seid, nebeneinander. Auf euch dort Zielgeraden dann mit 80 kmh. Geht dich dann hin? Denkt an kalte Reifen. Genau, denkt an kalte Reifen. Ort hoch. Und kalte Reifen. Und kalte Reifen. Und kalte Strecke. Auf wann ist die Box offen? Ab Runde 2, nach der Eindrucksritte. Auf der Eindrucksritte geht keine an die Box, erst danach. Und dann fahrt alle vorbei. Und bis 5 Minuten vor Schluss. So, jetzt bitte Doppelgrid Position einnehmen. Kings, du bist rechts. Äh, der Autofone ist. 300k rechts voll gerade. Da hast du muss nach rechts. Wieso, ich bin noch 19. Wieso, ich bin noch 19. Wieso, ich bin noch 19. Ja. Aber ich bin 21 und hinter dir. So, jetzt mal zusammenbleiben. Richtig. Also, Daniel gelatzt bei mir richtig übel. Ja, ist bei mir auch so. Ja, da geh ich raus. Da geh ich raus. Was macht der denn? Keine Ahnung. Rinnendran. Hä? Koko? Wo ist er los? Ja. Dann wir noch inizier. Mann, das war das für ein Scheiß. Indem. ich habe ein bisschen platz brauche ich konnte ich bin drutscht rutsch nicht bis auf Oh, mach doch mal eure Mikros aus, bitte. Wenn du es nicht überholst, ist das eine gute Idee. Das war's. Ne, es war lag, glaube ich. Ich bin links neben mir auf dem Gras, wenn mal bin ich hochgeflogen. Ja, ich kann jetzt zur Arbeit gehen. Ich habe die Aufmerksamkeit. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.